Die Angst sitzt uns im Nacken wie ein riesiges Insekt und wir vergessen jeden Tag aufs Neue, was möglich ist. Das Wissen vom Fremden wirft Schatten in die Welt und wir verkriechen uns in unsere kleinen, ländlichen Höhen, in der wir alles, immer und immer wieder kontrollieren. Wir fürchten den Tod und das Leben. Wir haben vergessen, wie gut es sich anfühlt, einfach loszulassen. Was machst du hier? Hey! Jungs, ey! Das ist Spielspiel! Komm! Wer zuerst wegzieht, muss neuen Peps von den kleinen Portschritten. Komm! 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 Also wir haben mega Stress, mega Stress. Mega Stress gerade um die Handel. Wir haben mit dem Kling! Wow! Jungrei! ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020